Ich arbeite im Unternehmen Kellner & Kunst. Das ist ein Großhandelsunternehmen im Bereich Befestigungstechnik, Chemie, Arbeitsschutz und Werkzeug. Am meisten Spaß macht mir der tägliche Austausch mit anderen Personen, wie beispielsweise unseren Kunden, aber auch Mitarbeitern aus Österreich, aber auch von unseren Töchtergesellschaften. Kellner & Kunst steht meiner Meinung nach für Zusammenhalt und für Sicherheit. Zusammenhalt vor allem, weil wir haben so viele Team-Events, wir haben Workshops, wir haben einen Mitarbeiter-Stammtisch, also richtig viel Teambuilding. Kellner & Kunst steht für professionelles Werkzeug, professionelle Produkte, einen professionellen Umgang mit seinen Kunden und durch die 100 Jahre, die die Firma jetzt schon gibt, haben wir einen sehr hohen Erfahrungswert. 2. Untertitelung des ZDF, 2020